Weißt du, Walter, du kannst dir deine Scheiße selber machen. Gebe ich dir die Gitarre, dann kannst du Keule sein einfach. Dann sind Klaus und ich fein raus, dann können den ganzen Tag im Büro sitzen und Quatsch machen. Irgendeinen Müll, den keiner braucht. Weißt du? Da brauchst du gar nicht so dämlich zu lachen. Lachen wir so. Also, dann sage ich das jetzt eben auch nochmal. Nein, das ist jetzt nicht am Freitag. Am Freitag kommt unser 3D-Video raus von Keule. Und wenn ihr das 3D-Video auf eurer Seite teilt, ey, wenn du weitergrinst, wenn ihr das 3D-Video auf eurer Seite teilt, dann krieg ich so'n Hals! Dann, ähm... Wir sollen das nicht verbreiten. Wieso nicht verbreiten? Spuck doch nicht so rum! So viele Brillen haben wir gar nicht. Wir haben nur tausend Stück bestellt. Wenn die das alle verbreiten, dann reichen die Brillen nicht. Ja, gut, dann verteilt's eben nur jeder Zweite. Oder nur die schönen Menschen. Die anderen können mich eh mal. Also, weißt du Bescheid. Und wir haben jetzt gleich noch ein Hühnchen zu rufen, Walter. So geht das nicht. Wenn ich künstlerisch arbeite... Du darfst dich nicht die ganze Zeit... Das sind 3D-Brillen. 3D-Brillen. Damit kann man alles in 3D... Das braucht man aber für den 3D-Bus in Berlin. Dafür sind die ja gemacht. Bei der Bushaltestellen sind wir da vorne rechts. Hat ja schon eine Brille. Also, wie auch immer. Die Brillen gibt's bei... Wenn ihr uns eine E-Mail schreibt. Keulemusik at E-Mail.de Wie oft willst du das... Das hab ich vorhin gesagt. Da warst du gar nicht da. Und jetzt bist du mit dem Bild. Also, ist doch auch egal. Ich hab das jetzt gesagt. Keulemusik at E-Mail.de E-Mail.de Da kommt das direkt in den Briefkasten. Und dann kommt der Briefkasten zu euch mit Brille. Wir machen nochmal so ein Videotraining. Dass man auch ordentlich reden kann. Das sind nochmal die Grüße.